Ich hab über die Grenze geschleift. Mit meiner Mama. Mit dem Geld meiner Oma. Ich weiß. Die Geschichte erzählen wir ein andermal. Ja, aber es ist schön, oder? Ich wollte einfach mal aufnehmen, wie wir hier in Oberkirch, mitten in der Fußgängerzone... Die Polizei läuft gerade vorbei. Hast du gesehen, dass die Polizei vorbeilicht? Bist du bescheuert? Slightly, sorry. Ups.